Es treibt ein Wind, der süß wie Honig in mich dringt. Es umgibt sein Zypressen ein, mein Sein. Und nicht erlob, streichelt eine Flut von Schattenhalmen. Mein Gesicht, meine Hand liebt Kost, die Form eines weißen Steines, der schon lange schläft im Wiesengrund. Es beginnt die Zeit, in der meine Sinne wirklich leben. Und meine Finger entdecken des Steines, stolze Brust, die in sich Kälte und Verlangen birgt. Es beginnt eine Zeit, in der meine Sinne wirklich leben. Es beginnt eine Zeit, in der meine Sinne wirklich leben. Die Schattenhalter ist die Zeit, in der meine Sinne wirklich leben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Tanzende Schatten, die vereinen sich am Wesengrund Liegend im Sonnenschein, inmitten im Zypressenheim Schweben unsere Schatten ganz allein Meine Finger berühren höhlende Augen Und die Wölbung eines Mundes, der spricht Schweben unsere Schatten, die Wölbung eines Mundes Schweben unsere Schatten, die ware Ich bin die Strategie auf 유� Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020